In der nächsten Ausgabe der Sendung Kinometer dreht sich bei uns alles um diesen Film. In der Realverfilmung des Anime-Klassikers Ghost in the Shell macht sich Scarlett Johansson als Cyborg auf die Jagd nach einem gefährlichen Cyber-Terroristen. Wie viele gab es schon vor mir? Sie sollte ein sauberes Gedächtnis haben. Schalten Sie sie aus. Kino-Wetter am Donnerstag nur auf S1.